3-56-9 Leutnant Kümmel bei der Ausbildung seines Panzerzuges. Aufgabe Gefechtsaufklärungstrupp. 3-56-9 Diese Kraft zu zügeln, dieses moderne Waffensystem zu beherrschen und im Gefecht richtig einzusetzen, das macht stolz. Das verlangt Verantwortung. Motor anlassen. Leutnant Kümmel ist seinen Soldaten und Unteroffizieren ein guter Lehrer und Erzieher. In der täglichen Ausbildung hilft er ihnen, ihre Kampftechnik zu meistern. Er vermittelt Kenntnisse technischer und auch taktischer Art. Das volle Ausnutzen aller Eigenschaften seiner Fahrzeuge verlangt von ihm selbst Kühnheit und Entschlossenheit. Offizier der Panzertruppen der Nationalen Volksarmee kann ein Beruf für dich sein. Wie du es werden kannst, erfährst du an deiner Schule oder beim zuständigen Wehrkreiskommando. Auskommando. Auskommando. Untertitelung des ZDF, 2020